Okay, nächste Runde. Partyböden steht dort. Backwitch Park. Ne Backwith. Ja, du weißt Bescheid. Nächsten Samstag, wie ich es vorhabe. Ja, um 18 Uhr. Ja, das wird gut. Dann denke ich mal, hat Pico alle Zürcher am Start. Wir müssen uns aber noch ein bisschen aufbauen, oder ne? Wenn das ja mal wieder geht. Das ist die einzige Basis, die ja nur die Pferde kriegt. Wir haben zwei. Ragnar und, 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 und. Tja, der hat aufgepasst. Nein! Nein, 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 haben wir da so ein blödes Sidesding da, das hinten reinhüpft. Oh, ein Tor. Ja, das Gegenteil. Naja, ein Tor ist nicht. Egal, ganz gut. Auch was hat wieder in der Verlängerung. Ja, ich damit. Ich dachte gerade schon, will keiner den Ball? Nö. Gerade irgendwie will das nicht. Na, Mist. Mann. Alter. Na. Wenn man gegen den Ball springen und das Auto macht irgendwo hin, aber nicht dahin, wo man es haben will. Ja, du darfst dich zweimal X drücken, dann macht er eine Rolle. Das wird auch schon ein paar Mal passiert. Komm. Schade. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. ist ich habe leider nicht in richtung tor gekriegt ja ich auch nicht weil ich den auch nicht so mit abgebildet ja genau schön war ich drin vorbei was ein gewühle vom tor bei dem hat er nicht weg und dann kommt der eine noch ein vorbeigewicht baby hat gerade gut aufgepasst ich komme nicht in die situation momentan dass ich gerade irgendwas machen könnte Nein! Keine Chance, ich kann das machen, mit Tom. Wenn ich einen Turbo kriege. Dann nehme ich mir noch. Dann hol ich mir noch mal von dem. Hab ihn. Scheiße! Und dann bericht den wieder heiß. Vorsicht! Der geht voll auf mich. Ich habe den hier unabhängig wieder reingespielt. Also der nicht, aber der erste davon. Das kotzen kann ja. Das ist... Ach! Scheiße! Bei meinem Fehler. Da kriegst du aber auch nichts gerade hin. Weil sie komplett auf Pfaff zerstört geradeaus sind. Ich weiß nicht. Kein Ball, den da vorne kriegst. Kein Ball, den da vorne kriegst. Kein Ball, den da vorne kommt. Und wenn, dann kommt immer einer aus dem Nirgendwo angehauscht und... Ja, ja, ja. Ach man, das ist doch nicht zum Kotzen gerade bei mir. Was spiel ich da für ein Mist zusammen? Oh, der war doch richtig. Ich dachte mir, okay, scheiße, du schießt ja schon wieder das nächste Eigentor. Das war das richtige Tor. Naja, zumindest etwas. Naja, du denkst, okay, das ist keine von den Vordelspitzenball lang und irgendwie aus irgendeiner Ecke kommt einer hinterher geschissen. Ah! Was meine ich? Gerade du konzentrierst dich auf den Ball, du willst ihn wegspielen, da kommt noch irgendwo einer angehauscht und haut das Ding. Aber wie gesagt, wir müssen wirklich, wir müssen uns mal ein bisschen taktischer verhalten. Wir sind alle viel zu sehr auf den Ball konzentriert. Ja. Wenn, komm nach oben und rein! Was Alter und ja, ich bin bitte ganz wichtiger. Komm nach oben! Wer bin mal ne który可以! Oh makers das sind ja doch gar keine Sinnen. Wer passt nun zu ihm. Weil ich esse quasi gar nicht dr appropriate. weißt du wem ich gefragt habe wer sich überlegt wer noch zurückkommt und der eierholer wird wieder spaßig aber keine anderen richtigen geben okay das wird wieder die saßen erinnert ich nur in island aber auf einer seite hatte der leute mitgebracht ja dann muss man ihm auflassen ja ja ich denke mal da hat er sich mit drang gedreht ja ich habe den mit reingedrückt den gegner und er hatte dann die latke geräumt ist was du da kriegst du so ein ding wieder rein deine stilte noch wenn ihnen keiner will dann nehme ich alles gut passt ja wieder so ein ding wird der ohne politisch nein mann doch ich habe so ein schlechtes timing und nein und niemand wird weggehauen weil die haben kein tor drin gehabt und ich hätte nur lang spielen wollen ach ey der geht doch nicht gut ich dachte schnell geht ja war sehr hoch dann und dann dann ein und dann und dann war dann dem von den weg scheiße ich bin nicht mehr raus bekommen ich war noch dran aber ich habe mich raus bekommen ich bin blockiert worden beim rausspielen hier ich wollte da wegkicken und da hat mich aber einer blockiert der stand vor dem ball ja du musst den ball eigentlich noch bei dem mal irgendwie versuchen lange zu spielen einfach dort zu sitzen man immer so knapp drunter da will ich mal so geil man ball spielen und dann so geht es mir genauso leute nach vorne gucken weg damit ich weiß ich kette nicht hin weckt mich doch am sack hat er das kriegt so nicht hin mit drei mann ausgespielt und trotzdem kriegt das ding nicht so gewirkt kommt ja 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 zwischen markus ich glaube sie haben sich selber irgendwie reingehauen ja aber trotzdem ja ja klar alles gut auch schon er ist jetzt mal raus da vorne ich gehe jetzt mal nach links weg lass mich, lass mich Oh, noch nicht. Scheiße. Ich bin ein bisschen vorbeigeflogen in dem Ding. Nein, ich bin direkt da. Mann. Was ist denn heute los? Aber es zieht sich heute die ganze Zeit schon da durch. Ich bin direkt da. Ich bin direkt da. Wie auch immer. Nicht richtig erwischt. Aber heute zieht sich das komplett durch die Ball. Ja, ich sage doch, wir müssen uns ein bisschen mehr verteilen. Wir rennen immer alle wie blöde nur auf den Ball. Das ist nicht gut. Ja, wir haben aber auch, womit hat ich Pächter an den Spielen. Du brauchst die Dinger und Pfosten, Latte. Du spielst drei Mann aus, der Ball kriegen wir nicht rein. Ja, aber trotzdem Käff, wenn wir immer zu dritt oder zu viert auf den Ball nur rennen und der Ball geht weg, dann haben wir niemanden mehr da hinten aufpassen kann. Wir brauchen, das muss auch mal ein, zwei Leute mehr im Mittelfeld stehen bleiben, damit man gucken kann, wenn der Ball wegkommt, dass man den wieder wegschlagen kann. Nicht immer nur alle auf den Ball drauf springen. Das sage ich ja, einer muss, der letzte Mann bleibt im Tor. Dann ist nur einer, allgemein. Wir müssen uns nach verteilen. Wir müssen uns nach verteilen. Egal, komm. Das müssen wir jetzt mal gewinnen. Das Problem ist einfach, wir kriegen die Bälle nicht über die Linie gedrückt und die hauen das dann quasi ins Gegenzug. Davon rede ich doch aber, Kev. Wenn wir alle nur auf einem Fleck hocken am Ball, dann haben wir keinen mehr, der den Ball, wenn er weggeschlagen wird, reinmachen kann. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Nein, das mache ich nicht mal. Ja, aber das ist das Problem, Kev. Na komm, egal, passt drauf. Wenn dann war es jetzt ähnlich. Heute läuft es halt nicht so wie gestern. Doch, wir müssen uns einfach mal ein bisschen mehr verteilen und auch mal abwarten und nicht nur auf den Ball drauf gehen. Dann gehst du mal nach vorne. Na leider nicht. Super. Super. das ist Bis zum nächsten Mal. Ich merke, wir sind alle ein bisschen frustriert, weil keiner mehr was sagt. Ich kann auch nichts machen, ich krieg kein Torbund und gar nichts. Das ist meine. Das nervt gerade, das verkrattet einfach ab. Das läuft einfach nicht. Auch bei mir persönlich nicht. Egal. Oh man, shh. Ah, ich muss den Weg damit. Der hat ein scheiß Glück, dass der wirklich einen Millimeter von mir wieder reinkommt. Jetzt mal weg. Nicht damit. BEGIN! Hier geht's! Ah, genau. Ah! Ah, ah. Ah, dann mit der Krise, nicht mehr. Oh, ah, ja! Ah! Ah, nein! Ah! Ah, das war! Ah, mal drauf, ah. Ah, du war! Ah, ich war jetzt wieder. ja es wird gerade na ja nicht wirklich besser ich komme ich hin sehr schön komm Leute, einen noch schön Markus na, kann man es doch noch irgendwie hin kein boost, da liegt gar nichts unter mir na, 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 schön, jawoll sauber Markus sehr geil sehr gut, komm irgendwie rock 9 ist jetzt noch ein Tor müssen wir so machen nein, 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 bitte gut, gut ich bin mal wieder in die andere Richtung nein der Typ der geht mir so aufgesockt gerade so ein lackschotter die ganze zeit schon denn habe ich davon nicht kommen sehen dass der dennoch spielt also so ein da kriegst das nicht aufgeholt komplett und ist wieder einer der das wieder ein bisschen zunichte macht ja bitte weil ich muss mich auch mal kurz